ja mal wieder ein spiel ohne ton ohne musik im tv bildschirm heute spielen wir ganz so ich habe keine ahnung was das ist anscheinend ist es ein job run ich dachte erst dass ich gehört hätte das ist so ein dingens wäre so ein shooter eventuell ist es auch wenn ich das so angucke das ist ein auto oder einen typen mit den schüssen steuern muss ich gucke einfach mal ob da irgendwie stevenson i've got your daughter bring the five black panther diamonds to me within 24 hours or else come along please don't call me i'll call you kingdom to start game put trigger okay es ist auf jeden fall ein nes saberspiel so wie sie es anhört so von please pull the trigger bild ist fertig sind 6 hours ok ja ah und er muss quasi springen das ist cool ähm ja man muss ihn quasi treffen damit er springt also man kann auch quasi mehrmals drauf schießen oh gott das ist interessantes gameplay konzept muss ich aber zugeben dann gibt man auf jeden fall epileptisch an dem kram ich weiß nicht ob das nicht alles bringt glaube ich keine ahnung irgendwas so ist keine gute idee das war wirklich keine gute idee das war wirklich knapp einer das ist einfach wie es ausschaut vor allem um zu treffen mit der maus ach so man kann die zerschießen die sagt es doch ah jetzt ist er eventuell ein besiegler kurz oder so was würde ich mal schätzen also oder oder ich hab keine ahnung das ist sehenbar warum wir eigentlich schütze bei mir irgendwie also ich glaube wir brauchen dass wir mit daneben schießen können das sein natürlich die komische demonstrer verpasst ja das kann ich nicht abschießen fuck fuck ich weiß nicht ob ich das ewig lange ich wollte gerade sagen ob ich das ewig lange spiel wäre weil solche ich wollte mal kurz ausprobieren solche die genz spiele solche selber spiele sind nicht so unbedingt was für mich muss zugeben entsprechen würde ich sagen machen wir hier mal einen cut und wir sind es dann das nächste mal beim nächsten spiel ich wollte mal kurz noch kurz reinschauen ich muss eben ein paar mehr videos jetzt hier aufnehmen dem spreche bis dann leute bis dann ich bitte ich bitte Vielen Dank.